Servus, Sie wollen sehr freundlich. Hallo, hier ist mein Ticket. Dankeschön. Hallo, hier ist mein Ticket. Vielen Dank. Grüezi, bitte Sie. Dankeschön. Mahlzeit. Vielen Dank. Mahlzeit, ist das gültig? Vielen Dank. Guten Tag, ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Sehr freundlich. Hallo, ist das gültig? Danke sehr. Grüezi, mein Ticket. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on- www.hzsch.de Auntaluft Zuphan Achло 확인 AchLink Be 53 Post Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Das war's für heute. Das ist so schön, das ist so schön. Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Die Runde ist in der Nähe der Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Tja, 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 Tja. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh Gott! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ging ja mal fix. Das war's für heute.